jo da sind wir da bei pokémon schwarz mit marcus und christian hallo hallo so wir sind hier in einem zimmer beim letzten mal durfte marcus sehr viel reden und hat ein paar reste abbekommen ich habe deshalb so wollen wir weiter er spricht übrigens grad griechisch ja so wie war das du kannst mich ich bin die muse der liebe ich weiß du bist der trainer der die stirn bieten will ich finde das eine ruhepause verdient ich heile deine pokémon so bla 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 und ich habe rosa haare moment warst du die die mich rausbringt ich bin die muse des friedens ich spende in ruhe und gelassenheit von klein auf lebt er ein abseits jeglicher menschlichen fürsorge stattdessen waren es die pokémon an seiner seite die sich um ihn kümmerten geht es hat dafür gesorgt dass er mit ansehen musste wie pokémon von bösen menschen ausgenutzt werden unterdrückt und sogar verletzt wurden die sind der sensible enthalten ihren schmerz mit seinen gedanken kreis und seine gedanken kreisten irgendwann nur noch um das wohl der pokémon bald darauf beschloss er den wunsch beseelt von seinen eigenen nach sein eigen ideal zu streben seine seele war so unschuldig so rein und unverdorben doch so es gibt nichts was so schön und furchtbar zugleich ist wie die unschuld an sich deswegen bleibt nicht unschuldig ich glaube es war gut dass wir markus gerade ins wort gefallen sind wenn er das gesagt hat was ich hier ich hab noch einen topdrack gefunden hast du schon mal aufgefallen dass marcus eigentlich gar nicht mal so schlau ist wie er gerne wäre das kann sein ja ist dir eigentlich aufgefallen dass chris eigentlich größer ist als er gerne wäre das war eigentlich gerade kein dist ist dir klar oder doch weil ich gesagt habe ich groß bin ja du bist auch groß ach so ach so was haben wir eigentlich noch in unserem team du möchtest aber in echt klein woher kommt das eigentlich hier was das surfer grrrr von meinem part wo ich nichts geregelt habe ok gut wir können doch noch nicht wir können doch nicht raus der blöde lego drache der karotten drache ja ich tausche mal aus lego und karotten drache na gut ich finde lego daran passt ganz gut haben wir noch ein item ein doppel leber perfekt man nennt sich eigentlich endlich in legonius um marcus nach dem let's play ok also leute unsere neuen kanäle sind legonius lego 666 und lego shomaru und da machen wir dann nur noch lego spiele oh yeah nichts anderes ich möchte kaufen lego her der ringe so was wollen wir kaufen da hast du alles am besten lego her der ringe hast du gerade den perfekten nerv getroffen von ach so was können wir verkaufen eilball gib mir geld er ist nicht begeistert ju ist nicht sehr begeistert von dem spiel aber seine andere story ich verkauf alles alles einzeln jan holt uns geld her so wo haben wir jetzt eigentlich unsere hyperbälle da 37 ok so was wollen wir jetzt kaufen ähm wie viel geld haben wir denn wir könnten 30 hypertränke kaufen wir brauchen wir nicht doch so viel brauchen wir so nehmen wir schon mal elf stück was haben wir denn noch beleber und die überheiler bitte neun stück werden nicht reichen mhm trauen wir noch sechs oder sechs ok und den rest den hypertränke keine beleber hast du leber leber hmm 10 10 ich hasse leber ich auch so ich auch und die restlichen paar noch in die paar tränke so gibt es eigentlich auch eine a leber wenn es schon eine b leber gibt können wir raus wir können wirklich raus oh ok den einfach weißt du können einfach abhauen sagt wenigstens oh kriegst du spaß oder so wenn ich schon so ein schlechtes wortspiel bringe ich fand den gut aber ignoriert es doch nicht einfach ich fand den auch gut rot ich höre das gerade ich freue mich auch drüber arsch warte 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 auch wenn du in die halle hättest werden wir wissen wenn du mit ihm gekämpft hast und wir werden auch wissen wie sehr du diese fehlte der pokémon-matche der quatschistion wirklich beschützen willst boah ein griechischer nazi fuck ich hab nicht die folge waren fünf Minuten ich hab keinen Druck aus dem anderen du bist ja schöner als der ich bin du bist ja schöner als der ich bin weil ihr hört euch eigentlich sowieso fast gleiche insofern passt das ja die sagen auch dass es die Welt in der in aufgewachsen ist ja mal im ernst ich spreche nur das aus was alle denken alle alle und ein Sonderbonbon wir haben zwei Sonderbonbons jetzt eigentlich sollen wir die jemandem geben ja wer könnt ihr denn gebrauchen nichts Millie Mr. Pringles und Duesy Duesy eins ok lasst es euch schmecken ihr beiden ihr habt's verdient das ist ein Pringles Geschmack übrigens oh ups ich dachte ich geh nochmal zurück ins Menü ich hab übrigens noch Pringles oh geil gib mir welche ich nicht möchtet ihr 50 Stück haben ja bitte also 50 Pringles so nebenbei hier ist das Kinderzimmer von N für die die es noch nicht gesehen haben ja meine ich ja das ist das ist das wovon ich eben gesprochen habe die Unschuld das ist yay yay was war Markus der hat Lego 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 das Pokémon war bestimmt auch ein Schadrago so was haben wir denn hier drin Schadrago steht übrigens das wissen auch viele nicht steht für Schadetrago Schadetrago deswegen hab ich's quasi auch gefangen weil er ja keine Orden abkommt hier läuft ja jemand rum bis auf einen und deswegen quasi immer nach der Arena hätte Markus eigentlich einen Schadrago fangen müssen weil Schadetrago er hat gerade über Team Galactic und Team Rocket gesprochen ja und Markus sagt gar nichts mehr einfach weißt du ich geb mir Mühe hier und er ignoriert das die beiden da oben störe ich lieber nicht die haben gerade zu tun so aber auch da Markus ja okay ich wollte schon sagen so ich glaube er ist hoffentlich bewusst dass ich diese Konfi halte ja ja nein hier ist nichts mehr na dann let's go da oh hi oh hi oh hi Willkommen Träger des Lichtsteins dieses Schloss das so plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht ist und das die Pokémon Liga umhüllt steht als Symbol für die Veränderung in Eindal ich habe meine Hand der König des Schlosses wird von einem legendären Pokémon begleitet und ist das stärkste Trainer Einheits wenn man dich nicht einberechnet stärker noch als ein Zemp tief in seiner Brust schlägt das heiße Verlangen die Welt zu verbessern und wenn ich ihn nicht als Heldin bezeichnen kann was dann wen dann nun ist alles vorbereitet wir werden die Menschen mühelos von unserem Standpunkt überzeugen so kann die Welt die ich mir die Team Plasma sich wünscht endlich Realität werden werden die Pokémon gehorchen nur noch uns ganz allein und all diese hilflosen Menschen werden uns zu Füßen liegen endlich lang hat es genug gedauert was Moment lang genug hat es gedauert all die Zeit der Geheimhaltung der Angst der Plan könnte aufliegen damit ist es nun vorbei so vorwärts wir werden jetzt überprüfen ob du auch das Zeug zum Helden hast ich find's geil dass du ihm auch einen Akzent gibst hab ich auch also Heldin bitte ja und wie immer ihn äh ich würde immer grad was sagen und dann quatscht der Typ einfach weiter dieser Jesus warum hat der so viel zu sagen ja so ganz episch wollte ich eigentlich gerade ganz langsam nach vorne gehen aber dann kommt plötzlich das ich träume von einer Welt in der es nur Pokémon gibt einer Welt in der die Pokémon von jochmenschlicher Unterdrückung befreit sind und ihre ursprüngliche Kräfte wieder erlangt haben ja die Pokémon müssen mit Dungeons spielen ich musste grad von was anderes an was anderes denken ich träume von einer Welt in der ich an der Toilette trinken kann um einen Ausschlag zu kriegen was in einer Welt in der Würmer und Insekten endlich wieder schmecken was egal Friedenspanzer der Moment ist der Entscheidung ist gekommen ich bin zu allem bereit auch wenn meine Pokémon Freunde dabei verletzt werden ich glaube fest an einen Sieg und werde alles dafür tun und ihnen herbeizuführen denn es sind echt schizophren deswegen hat er auch zwei Stimmen ich nehme an du bist gut gewappnet immerhin hast du es ja bis hierher geschafft Markus wenn dem so ist dann komm und zeige mir wie sehr du wirklich gewinnen willst ok nö ok 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 da wollen wir doch mal auf und Jan rennt zurück ah doch nicht ok sah gerade so aus ich bin kurz zurückgerannt du bist hier weil du eine Entscheidung zwischen uns beiden herführen willst Punkt 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 Dabei hat dich bereits klein wenig gefallen an die... Hm, gefunden. Stell dir vor, das sagt er bei dem männlichen Charakter. In all unseren Kämpfen hatte ich das Gefühl, bei dir bisher... Nee, bei dir immer das Gefühl, dass du ein Trainers heißt, der seine Pokémon mit Respekt behandelt. Doch nicht. Nö. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Es war also doch nur ein Amen-Märchen, dass sich zwei gegeneinander kämpfende Trainer gut verstehen können. Du hast zwei Möglichkeiten. Nicht eine, sondern zwei. Du kannst mich jetzt herausfordern, beseelt von deiner eigenen Wirklichkeit und dabei glorreich untergehen. Oder du kannst diesen Ort jetzt verlassen und dich in eine neue Welt... Äh, verlassen und in eine neue Welt... Äh, freuen, in der die Pokémon befreit vom Joch der Menschen in Frieden leben. Guck hier, eins, zwei. Wie oft der die Joch einfach sagt. Eins, zwei, guck hier. Kommt zu mir, Zekrom. Er ist wirklich ein kleines bisschen Schizophren. Also wie Markus redet, könnte auch der Maskenhändler aus Majora's Mask sein. Ich habe sogar das Gefühl, selbst Markus wird nochmal drankommen im Verlauf dieser Pokémon-Liga. Meinst du ja? Ja. Glaubst du, Chris schafft hier N nicht? Mit den zehn Minuten, die du jetzt noch hast? Du musst bedenken, es kommt ja noch was davor. Was mehr oder weniger auch lange dauern könnte bei unserem Pech. Hä? Oh, ja, stimmt. Ach so, ach, nee. Reefiram und Zekrom haben 45. Ich weiß. Sie haben eine hohe Treffer-Äh, Treffer-Chance? Nein, eine Fangrate wie ein Starter, glaube ich. Ja. Also mit einem Flottball habe ich bis jetzt eigentlich immer die direkt beim ersten Versuch drin gehabt. Aber du weißt ja. Vorführeffekt und so, ne? Let's play. Ich darf da mal ein Arzeus. Ja, ein Rayquaza und Arzeus, darf ich da erinnern. Oh, ja. Da waren beide so ihre Helden. Hypnose! Ja. Trifft nicht! Schlag dich selber! Ja! Hypnose! Nein! Schlag dich selber! Ja! Wenn ich weiß, woran ich rede, sollte das Finale von der Pokémon-Rubie... So geht's da angucken. In meinem Beutel bewegt sich was! Ist es etwa der Lichtstein! Nein! Der Beutel bewegt sich was. Das ist der Hamster, den wir geklaut haben. Und Reshiram ist... Das ist gar kein Lichtstein. Das ist ein Ei. Wie gesagt, das ist der Hamster, den wir geklaut haben. Achso. Der sich eingegogelt hat. Er hat einen Igel eingesetzt. Der sich eingegogelt hat? Eingegogelt! Achso. Der Lichtstein verwandelt die Aura um sich herum in ein mächtiges Energiefeld. Und! Da lässt er die Energie entweichen. Moment, die Sache ist, wir müssen ja das Gehschram dann auch gleich ins Team nehmen. Müssen wir nicht. Müssen. Nee. Kannst doch Nein sagen. Ich meine schon. Ich meine, du kannst es nicht weggeben. Ist du sicher? Ich meine schon, ja. Oh. Du musst es für einen Pokémon auswechseln. Wenn du es besiegst? Dann musst du es wohl weichen. Ja. Wollte ich auch sagen. Ich wollte auch wenn, dann diese Düs dafür austauschen. Oh. Nicht Millie. Und der Hamster hat nach Eichschram für uns gegoogelt. Und guckt uns an. Hallo, Eichschram. Du hast ein paar hunderttausend Treffer erlangt. Deswegen komme ich jetzt. Ach ja, ich mag die Szene. Jo, die ist cool. Ich bin schwarz und weiß sowieso immer noch bisher die besten Edition für mich. Jo. Ja. Aber man muss sich ja echt mal überlegen. Schwarz ist schon echt riesig, das Spiel. Bis man quasi die Liga wirklich geschafft hat? Ja. Das schon. Also es ist heftig. Es ist auf jeden Fall sehr innovativ. Ihr müsst euch bedenken. Wir sind jetzt bei Folge 51. 51. Es sind aber 20 Minuten Folgen gemacht. Naja gut, wir müssen natürlich noch mitbeinen brechen, dass du mitgespielt hast, Markus. Ja, das habe ich vorher auch schon. Ja, ja, aber... Ne? Ach, sie kommen und ist schon mal. Ey, was ist heute los mit mir? Sie waren ursprünglich eins. Ein einzelnes Pokémon. Die zwei Seiten einer Medaille. Beide treten nur auf den Plan, wenn sie in einem Menschen einen wahren Helden sehen. Jetzt verstehe ich. Genau das trifft also auch auf dich zu. Ich werde dir jetzt verraten, was dieses Pokémon zu dir spricht. Ich möchte mit dir kämpfen. Gewinne meine Freundschaft. Du hast eine weite Reise hinter dir und doch möchte ich sich ver... Moment, das spreche ich ja wieder. Und doch möchte es sich vergewissern, ob du tatsächlich so nach deiner eigenen Wirklichkeit strebst, wie es scheint. Und außerdem... Und würde außerdem nur zu gerne wissen, wie stark du wirklich bist. Also schnapp die Reshiram. Es soll dich dir anschließen. Sekrom hat eine echte... Stimme. Markus, du musst es doch langsam... Wenn ich dich wegdrücke, dann macht er die ganze Zeit so. Ich glaube, seine Augen wackelt immer hin und her. Markus, du findest nichts Neues, dass wir uns alle drei gegenwärtig dissen. Warum hast du damit heute so ein Problem? Alle drei? Hallo, Rishi. Wow. Rishi, wow. Okay, pass auf, ich disse jetzt auch mal Jan. Jan, du bist doof. Nein. Ich sag ja gar nichts mehr. Nein, ey. Wow, alles läuft hier in Zeitlupe bei mir gerade ab. Flotte, boah, ein. Wow, extrem Zeitlupe. Ja, das war schon schade. Ich dachte, es würde klappen. Oh, fast, es hat geklappt. Feuer, oder? Ja, wie gesagt. Ja, aber es dürfte trotzdem ein Problem sein. Drachrad, kein Problem, keine Chance gegen... Warum war das so stark? Oh, Volltreffer. Aber ein Tastfluch, haha, trollolololol. Moment mal. Der Flottball hat in der ersten Runde eine Fangrate von 4, in der zweiten mal noch eine Fangrate von 3. Ja. Der Finsterball hat eine Fangrate von 3,5. Ist das hier ein Finsterball? Ich könnte hier einfach werfen. Ich könnte hier einfach mal so auf gut Glück werfen. Halt der Typ unsere Poké noch mal? Ja. Okay. Schade. Hätte ja klappen können. Na gut, dann wollen wir nochmal angreifen. Wo hast du denn die Finsterball geworfen? Wolltest du dich noch ein Flottball werfen? Nee. Der Finsterball hat beim zweiten, äh, nach der zweiten Runde mehr. Ach so. Net 3,5. Der Flottball hätte jetzt nur noch 3 gehabt. Ich habe 2,5 verstanden. Ich könnte fliehen, habe ich da gerade gesehen. Du hast meine Freundschaft nicht verdient. Äh, ja, wen setzen wir ein? Millie. Rishi-Ram. Genau, setzt Rishi-Ram ein. Rishi-Ram. Millie setzt Spukball ein. Ich würde gerne wissen, wie Rishi-Ram leucht. Wieso setzt der Schlitzer ein? Glaub dir, wie viel, wie viel Ramm hat Rishi wohl? Ah, Kreuzflamme, da war ja was. Und wir haben keinen Feuerfänger. Rishi-Ram ist nicht mehr blockiert. Wow, da Zeitlupen-Momente hier. Wackeln? Kreuzflamme. Ach Gott, alles was mit Kreuz anfängt, löst Paras bei mir aus. Kreuzhieb? Marco. Wieso Paras und nicht Parasek? Marco. Du musst auch an Slow-Motion reden, wenn der Slow-Motion hier hat. Mann, das ist doch der Sinn der Sache. Es wäre cool, wenn der Ball überhaupt mal wackeln würde. Du schaust. Kreuzflamme kann man fünfmal einsetzen, oder? Ich glaube, ja. Rishi-Ram. Rishi-Shi-Shi-Shi-Shi-Ram. Sogar mit Legs extra noch. Das ist DJ Rishi-Ram. DJ-Scratchy-Ram quasi. Scratchy-Ram. So, und der nächste Ball. Ich werfe jetzt einfach so lange, bis es drin ist. Das ist einfach mal ein Pokéball. Das könnte ich auch machen. Du könntest es aber auch anlassen. Ich könnte es auch einfach fangen. Du könntest auch rein theoretisch einfach einen Knobbels-Ball werfen. Ach, komm schon. Dann möchtest du gerne einen Knobbels-Ball werfen? Ich weiß nicht. Kennst du die Knobbels-Bälle noch? Nein. Ich auch nicht. So, einen Ball habe ich noch. Danach ist Christian dran. Dann muss er es fangen. Gott. Zum Thema, ich komme mit mir dran. Ja. Mal gucken. Vielleicht ist es sogar noch drin. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht daran. Jo. Ne, vielleicht habe ich sogar noch Zeit für einen Ball. Einen hast du noch. Komm schon. Einen habe ich noch. Einen hast du. Dann musst du ihn halt nachher für mich umbenennen, wenn er drin bleibt. Okay. Wie soll er denn heißen? Das weiß ich noch nicht. Fleck. Ich überlege es mir gleich. Fleckchen. Scratchy-Ram. Scratchy-Ram. Ich finde das echt gut. Ich glaube, es ist drin. Nein. Nope. Nein, natürlich nicht. Trollt er wieder mal. Ja, Christian, darfst du es fangen. Na, wobei. Einen habe ich noch. Einer geht noch. Es wird sehr knapp. Dann wahrscheinlich gut. Vielleicht komme ich da sogar eine Sekunde oder zwei drüber. Stell dir mal vor. Es bleibt drin. Jan cheatet schon wieder. Nope. Ist bei drei. Okay. Dann. Okay. Das wirst du dann auch wahrscheinlich für unser Liebes- Brokkolos gewesen, oder? Jo. Okay. Christian, beim nächsten Mal darfst du dann weitermachen. Okay. Und entscheiden, was reinkommt. Meine Folge ist jetzt leider ein bisschen länger geworden, weil Kreuzwander so lange dauert. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. 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 Vielen Dank.